In diesem Video lernst du, wie du einen Delay richtig einstellst, was der Unterschied zwischen einem Stereo-Delay und einem Ping-Pong-Delay ist, wie du mit einem Slap-Delay Räumlichkeit erzeugst und wie du es schaffst, dass dein Delay nur auf ein bestimmtes Wort oder eine bestimmte Phrase erklingt. Ich bin Martin und auf diesem Kanal lernst du, wie du von zu Hause aus bessere Musikproduktionen machen kannst. Wenn dich das interessiert, dann drück auf jeden Fall jetzt den Abonnieren-Button, hau die Glocke rein und du verpasst kein Video mehr. Wir starten jetzt! Ganz kurz zu Beginn, für die, die noch nicht so lange dabei sind, erkläre ich in Kürze jetzt die wichtigsten Einstellungsparameter von so einem Delay-Plug-In oder von so einem Delay-Gerät. Die sind der Regel immer gleich, mit leichten Abweichungen. Manche haben ein bisschen mehr Möglichkeiten, manche ein bisschen weniger. Das ist das Age-Delay von Waves und was wir hier ganz links haben, ist die Delay-Zeit. Das ist nichts anderes wie Notenwert. Ich habe jetzt Sechzehntel punktiert eingestellt und du kannst hier zwischen den verschiedenen Delay-Zeiten hin und her stellen. Halbe punktiert, zum Beispiel Viertel und so weiter. Du wirst es gleich hören, wenn wir es anspielen. Dann haben wir hier das Feedback und das bestimmt, wie lange die Delay-Fahne sein soll. Also wenn ich es hochdrehe, habe ich eine sehr, sehr lange Delay-Fahne mit sehr, sehr vielen Wiederholungen. Und wenn ich es sehr kurz mache, habe ich nur eine oder zwei Wiederholungen zum Beispiel. Modulation interessiert uns jetzt hier nicht und auch nicht irgendwelche analogen Klang-Einfärbungsmöglichkeiten. Was hier noch wichtig ist, das haben auch fast alle Delays, ist ein Low-Pass und ein High-Pass. Hiermit kannst du den Frequenzbereich einschränken, wenn du zum Beispiel deinen Delay dunkler machen möchtest oder wenn du es heller haben möchtest, ein bisschen glitzriger haben möchtest, je nachdem, wie du das brauchst für deine Produktion. Und dann ist auch noch wichtig hier der Dry-Wet-Dunkler. Wenn ich hier auf Dry bin, dann habe ich überhaupt keinen Delay-Anteil. Und wenn der Regler hier voll offen ist, also voll auf Wet, dann habe ich den kompletten Delay-Anteil. Das ist wichtig, wenn du dich entscheiden möchtest, ob du das Delay direkt in den Kanalzug laden möchtest. Was ich nicht empfehle, ich lade es immer in einen sogenannten Auxiliary-Channel. Das könnte man mit Hilfskanal übersetzen, Abkürzung Aux-Channel. Und das habe ich jetzt hier zum Beispiel auch gemacht. Ich habe also hier meine Lead-Vocals. Und hier ist jetzt mein Delay. Das ist auf Boost12. Das ist mein Aux-Channel oder Hilfskanal. Und jetzt kann ich hier anteilig eine Kopie meiner Lead-Vocals an dieses Delay senden. Und das kann ich jetzt den Anteil größer machen oder weniger machen. So, jetzt aber genug geredet. Wir hören uns das erstmal an. So klingen die Vocals. Ich habe es jetzt gleich solo geschalten, aus Zeitgründen ohne Delay. Und so klingen sie mit diesem Slap-Delay hier. Was ich jetzt machen kann, ist ein bisschen mit den Delay-Zeiten rumspielen. Ich mache das jetzt gerade mal mit dem Feedback. Wenn ich das Feedback hochdrehe, dann habe ich mehr Wiederholungen einfach. Mehr Wiederholungen oder ich kann die Delay-Zeit anders einstellen. Dann habe ich hier Viertel-Delays. Okay, Prinzip verstanden erstmal für die Anfänger. Ich hoffe, ich konnte es einigermaßen gut erklären, dass es auch jemand, der nicht so viel Ahnung hat, verstanden hat. Und jetzt legen wir los mit dem Slap-Delay. Das Slap-Delay war das, was du jetzt gerade gehört hast. Ein Slap-Delay ist ein sehr, sehr kurzes Delay, das dir die Möglichkeit gibt, deine Lead-Vogels in einen sehr, sehr kleinen Raum zu stellen, wo das Delay sehr, sehr schnell von den Wänden sozusagen zurückslappt. Deswegen Slap-Delay. In der Regel ist das, sind das Sechzehntel, kommt immer ein bisschen auf Song-Tempo an, sind das Sechzehntel. Ich habe jetzt hier punktierte Sechzehntel gewählt, weil ich es interessanter fand. Und mit so einem Slap-Delay kannst du eine Räumlichkeit, wie gesagt, eine kleine Räumlichkeit erzeugen. Und das ist oftmals, finde ich zumindest, die bessere Lösung als ein kleiner Hall, weil dieses Slap-Delay den Gesang nicht so schnell schwammig werden lässt wie ein Hall und einfach ein bisschen besser kontrollierbar ist. Machen wir mal weiter mit einem anderen Delay. Und das ist das Ping-Pong-Delay. Wenn wir ein Ping-Pong-Delay haben, dann ist es so, dass dieses Delay, dazu müssen wir jetzt ein Stereo-Delay machen. Das erste war jetzt ein Mono-Delay. Das habe ich übrigens hier leicht nach rechts gepennt. Und bei einem Ping-Pong-Delay brauchst du deinen Orks-Channel, musst ihn als Stereo-Orks-Channel anlegen. Und bei einem Ping-Pong-Delay springen die Delays wie so ein Ping-Pong-Ball im Stereo-Feld links und rechts hin und her. Und ich habe jetzt hier auch mal ein Achtel punktiert eingestellt. Und jetzt machen wir dieses Stereo-Ping-Pong-Delay mal an. Das ist auch ein sehr, sehr interessanter Effekt. Wenn du deine Vocals, ja, das ist eher so ein Effekt für so mystischere Sachen, würde ich jetzt vielleicht sagen. Wenn du möchtest, dass deine Vocals im Stereo-Feld hin und her springen, dann wäre dieser Effekt ganz gut geeignet. Wir hören nochmal ganz kurz rein. Ich mache mal ein bisschen. Und auch hier musst du immer ein bisschen rumspielen, um die richtige Delay-Zeit zu finden. Also erst den Notenwert einstellen. Am besten immer synchronisieren zum Song-Tempo. Über das Feedback einstellen, wie lange du die Delay-Fahnen haben möchtest, beziehungsweise wie viele Delays. Und hier über den Send-Regler kannst du dann regeln, wie viel Anteil von diesem Delay du dazu haben möchtest. Machen wir mal weiter mit dem nächsten Delay. Und das ist dein Stereo-Delay. Das Stereo-Delay ist so ähnlich wie das Ping-Pong-Delay mit dem Unterschied, dass du hier jetzt verschiedene Delay-Zeiten einstellen kannst. Ich habe jetzt hier, das ist das Delay, das hier mit Logic mitkommt, für links und rechts zwei verschiedene Zeiten eingestellt. Entschuldigung. Ich habe jetzt hier zum Beispiel eine Viertelnote auf der linken Seite und eine Achtelnote auf der rechten Seite. Und das hört sich dann so an, dass es jetzt in dem Fall Eierbus 13 immer noch. Machen wir das mal an. Ja, wenn du genau hingehört hast, hast du gehört, dass das rechte Delay schneller kommt, weil es eben Achtel sind und dass das linke Delay langsamer kommt. Das heißt, die Delays warten uns so ein bisschen rum und dadurch können sehr interessante Effekte entstehen. Ich kann hier nochmal das Feedback hochdrehen. Das heißt, wir haben jeweils links und rechts mehr Wiederholungen. Dann wird die ganze Sache recht chaotisch. Okay, das ist dann vielleicht eher für ein bisschen abgedrehtere Sachen geeignet oder für Balladen oder für Songs, wo einfach sehr viel Raum ist, um solche Spielereien zu machen. Okay, die letzte Möglichkeit, die ich dir zeigen möchte, ist, und das kann ja auch öfter mal passieren, dass du nur ein bestimmtes Wort oder eine bestimmte Phrase mit Delay versehen möchtest. Und da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Man kann das mit Automation machen, aber Automation ist vielen so ein bisschen unheimlich. Und deshalb zeige ich dir jetzt einen ganz einfachen Weg, wie du das machen kannst. Und das ist, indem du einfach aus deiner Vocalspur die Phrasen rauskopierst in eine neue Spur, die du mit Delay versehen haben möchtest und die du dann mit Delay versehst. Ich habe das jetzt hier schon mal gemacht. Wir hören mal hier in den Anfang rein. Also ich möchte jetzt auf Baby und Hazy möchte ich jetzt ein Delay haben. Ich habe mir jetzt hier drunten schon eine Spur angelegt, eine leere Audiospur. Und jetzt habe ich das schon ausgeschnitten. In Logic geht das ganz einfach. Ich kann das jetzt zum Beispiel hier markieren und kann das runterziehen. Dann habe ich es ausgeschnitten. Ich mache es mal wieder zurück. Also ich habe es für die beiden hier jetzt schon gemacht. Die ziehe ich jetzt hier runter. Das sind die Passagen, die ich mit Delay versehen möchte. Und jetzt müssen wir sie nur noch auf den Bus schicken. Das ist in meinem Fall jetzt Bus 15. Und hier habe ich jetzt mal ein One-Word-Delay drin. Und hier habe ich jetzt mal Achtel eingestellt. Und jetzt können wir einfach mal so ein bisschen rumspielen, was jetzt interessant klingen würde, um diese Delays hier einzusetzen. Also welcher Wert. Und jetzt fangen wir einfach mal mit Achtel an. Ist der Output jetzt ein bisschen zu laut natürlich. Ich mache mal ein bisschen leiser. Also das wären jetzt diese beiden Passagen mit Delay versehen. Wir können auch mal eine andere Delay-Zeit wählen. Zum Beispiel Viertel. Und so kannst du ganz einfach auf nur einzelne Wörter oder einzelne Passagen deinen Delay einsetzen. Und zwar in dem Notenwert, in dem du es gerne möchtest. Es geht auch mit Automation. Ich mache es aber inzwischen auch immer so, weil es einfach viel einfacher ist, sich einfach eine gedoppelte Spur anzulegen und dann die mit Delay zu versehen. Wenn dich die Arbeit mit Delay allgemein interessiert, dann empfehle ich dir dieses Video hier. Da zeige ich dir, wie du Delays oder mehrere Delays mit Sidechain ansteuern kannst und dadurch recht interessante Effekte erzielen kannst. Ansonsten hoffe ich dir hat es gut gefallen. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen nach oben, ein neues Abonnement oder einen netten Kommentar. Und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Video. Bis dann!